Thomas Gottschalk und Mai Krüger schlagen wieder zu, diesmal als Detektive. Die beiden Supernasen lösen die schwierigsten Fälle in den verrücktesten Masken. Als Maskenbildner, Golf-Champion, tollkühne Flieger, als Scheich Farouk Al-Habib und Frohsinn von Arabien, Aerobic-Tutsis, Teufels-General, Madame Cassier und als Winnetou. Detektai Colombo, Ermittlungen Überwachung bei optimaler Diskretion in Europa und Übersee. Ich fürchte Überwachung. Natürlich, ich verstehe schon, Ihre Frau ist für uns eine Persona Observanda, eine abzuservierende Person. I like it. Schwamm drüber. Sag mal, was habt ihr eigentlich mit meinem Taschentuch gemacht? Das ist doch wohl die Krönung hier. Der Jupiter, er ist im dritten Haus, zweite Tür links. Der Mond, er ist im zweiten Monat. Hör mal, Mike, im Gegensatz zu der Sassepleite scheint das hier ein echter Fall zu sein. Vor einer Stunde eingeflogen. Frischer Hummer. Da macht es Hummer, 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 Ten. Und. Ich bin Winnie Two. Dann ich bin Winnie Eins. I am Winnie One. Können Sie mich grüßen, Mann? Doch. Ich weiß nicht von wem. Können Sie, wo es nicht kinnig ist? Wo ist hier der diensthabende Offizier, Major Schneider? Ruhe! Ich kann auch anders. Und wo finde ich die gnädigste? Sie ist zur Kur in Bad Spencer. Terence Hill, 27. Oben sind wir, aber wir müssen wieder runter. Sie ist wahnsinnig. Für die Durchblutung soll das ja nicht schlecht sein, aber ich würde die Kiste wieder umdrehen. Der Trauer, du Bauer. Den Knöppel, du Kröppel. Das war atemberaubend, königliche Hoheit. Mensch, lass den Quatsch. Du bist doch nicht der Papst. Meine Damen und Herren, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Ich habe Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen. Wir beide steigen an der nächsten Station aus. Und gehen ins Kino. In die Supernasen. In die Supernasen. Ich habe Ihnen einer Wert, du Bauer. Ich werde mir in die Supernasen woanders verlaufen. Ich habe Ihnen einen großen Schloss. Ich habe Ihnen die Flanke.